Das ist für meine Seele! Durchbrechen! Das ist für meine Seele! 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 Ja! Oh, ja, ja, ja. Was ist das? Es ist klar! Los geht's! Geh! Die Spitzer! . Was bist du? Wärme und Wohl! Auf dem Pfad zur Brücke! Ich sehe sie! Wärme und Wohl! Das zergreifen! Ich hab sie gebrochen! Der Kahn verliert an Boden! Wir wollen holen nach oben! Wir finden Atmoserfunk! Gerade für Kontrollen! Wir sind zu egal! Wir sind! Wir sind in der Hölle! Wir sind in der Hölle! Der Kahn ist frei! Vorwärts! Neufarmieren! Durchbrechen! Wir müssen zur Brücke! Alle zur Brücke! Hitsushima! Hitsushima! Jag sie zurück, Topsia! Töte sie alles! Halt sie zurück! Guck! 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 Ich bin zur Stelle. Seht! Die Brücke! Sie fallen zurück! Der Khan würde niemals so aufgeben. Etwas stimmt nicht. Schießt! Feuerkrank! Sie setzen Sprengstoff ein! Schießt auf die Pferde! Schießt! Die armen Seelen. Er schickte sie in den Tod. Für nichts. Wir müssen ihr Opfer ehren. Sammelt unsere besten Soldaten. Wir reparieren die Brücke und greifen bei Dämmerung an. Nein. Zu viele sind tot. Hättet ihr auf mich gerettet? Genug! Es gibt einen anderen Weg. Wir besprechen ihn allein. Nein. Das war's für mich. Die Mongolen sind in der Defensive. Wir schlagen zu, bevor sie sich formieren und beenden es. Ihr habt unsere Männer geopfert. Sie sind Soldaten. Ihr Blut klebt an unseren Händen. Ich umgehe die Brücke irgendwie. Vergifte den Feind. Ein feiger Anschlag. Ich will nur unser Volk retten. Und es lehren uns zu fürchten? Folgt ihr weiter diesem Pfad? Seid ihr nicht besser als die Mongolen? Ich lehrte euch, mit Ehre zu kämpfen. Die Ehre ist am Strand gestorben. Der Khan verdient es zu leiden. Eure Gefühle kontrollieren euch. Ich opferte alles, was ich war, um unser Volk zu retten. Ich gebe ihnen Hoffnung. Ihr tut nichts. Jin. Nein. Wir sind fertig. Wir sind fertig. Was ist das? ろ mein Gott ist wichtig? Tsushima trauert um euch. Sie flicken die Brücke auf Befehl deines Onkels. Fürst Shimura will seinen Plan durchsetzen. Egal wie viel ihr Leben es kostet. Diese Menschen kamen zum Kämpfen her. Für dich. Wie viel Wolfswurz findest du in einer Stunde? Ein paar Handvoll. Sprich mit den anderen. Jeder soll sammeln, so viel er kann. Du willst die Mongolen vergiften? Ich schleiche mich in die Burg und gebe es in ihren Trunk. Soll der Kahn an seinem eigenen Blut ersticken? Dein Onkel wird es herausfinden. Ich weiß. Taka hat etwas für dich gemacht. Ich wusste nicht, ob du es willst. Doch jetzt, falls was passiert... Wird es nicht. Er würde es so wollen. Das ist unsere ganze Wolfswurz. Wird das ausreichen? Dafür sorge ich. Wenn ich den Turm erreiche, kann ich die Truppen des Khans ausspähen. Einen Weg finden, sie zu vergiften. Soll er. Boah. Soll ich die Truppen des Khans ausspähen. Soll ich jetzt aber sagen? Oh! Oh! So! Oh! Ich schalte die Wachen lieber leise aus. Dann kann ich von oben alles ausspähen. Oh! 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 Und ne Gumbe. Der Turm ist geräumt. Kann ich sie jetzt allerbesten vergiften? Der Gartenpfad, schwach verteidigt, gute Deckung. Ein Strohhut, Rioso. Natürlich ist er hier. Sie halten ein Festmahl. Ich vergifte die fermentierte Milch des Khans. Seine Armee trinkt den Ayrak und ich töte die Überlebenden. Befestigte Anlagen, Sprengstoff. Mein Onkel führt uns in ein Massaker. Jetzt zum Ayrak, ohne dass jemand Alarm schlägt. Besser den Gartenpfad nehmen. Oh! 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 Rich Barksbounce Oh! Die sind Sie sicher ziehen mit? Ja? Kon uns Oh, 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 oh. Jetzt zu Ihrem Festmahl. Die Getränke vergiften. Die Getränke vergiften. Oh, mein Gott. Dort lagern sie ihre Milch, jetzt das Gift hinzugeben. Jetzt abwarten, wenn ich post da zu gehen. Gehe, Gehe, Gehe! Ja! Oh! 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 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017